Oh mein Gott. Ich bin Maskenbildner. Wir arbeiten gerade an so einer Art Filmleiche, die genauso aussieht wie der. Was ist das mit den Fotos? Das sind unsere Vorlagenfotos. Das sieht man doch wohl. Mit dem haben wir nichts zu tun. Wozu benutzen Sie das? Zum Schneiden von Latex. Haut. Ich sehe da keine Kunst. Unsere ist eine Gummileiche und kein Folteropfer. Wir schockieren eben mit der Realität. Kreativ. Künstlich kreativ. Ja, mir noch eine Leiche im Keller. Schminken Sie manchmal mit echtem Blut? Was soll die Frage? Das ist Kunstblut. Das gehört uns. Die hat uns vorhin ein Nachbar vorbeigebracht. Ein Nachbar? Alfred. Alfred. Na klar. Es passte alles zusammen. Die Drixau.